Moin, hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin immer noch der Mine. Ich muss mal zusehen, dass ich hier ganz schnell den Ausgang finde, weil ich will doch gern noch ein paar Level schaffen, bevor es noch zu spät wird. Ich gucke, da ist kein Ausgang. Dann gucken wir mal, ob ich hier noch einen finde. Im Schnellklopfer fahren. Ich möchte gern noch weiter nach unten. Das ist ein Universalding, glaube ich. Schleim schmeiß ich mal weg. Da ist der Ausgang, sehr gut. Ach, wieder Musik. Entspannende Musik. Ich muss sechs Stück von euch kaputt haben, ne? Hm. Habe ich alles hier? Komm schon, ich muss jetzt gucken, dass ich schnell weiterkomme. Ich möchte gern noch bis Level 70 kommen. Jetzt ist es um einiges einfacher, muss ich sagen. Ich würde die gern mitnehmen, aber ich kann nicht, ne? Das ist ein Problem. Ich kann auch nichts wegschmeißen, ne? Ja gut, die vier Copper, aber die Copper brauche ich eigentlich auch. Dann ist die Winterroot. Ich muss eh noch Energie tanken. Ja. Gib mir noch ein bisschen Energie. Ich hoffe, ich finde den Ausgang hier. Komm schon, zeig dich Ausgang. Sieht nicht gut aus. Ich muss noch ein paar Level schaffen hier, aber wenn ich zu lange dafür brauche, ist das nicht so gut. Da ist er. Kann der hier nicht irgendwo frei sein? Kupfer. Hm, das sieht nicht so gut aus. Geht das hier noch weiter? Jo, geht noch. Ah, ich muss dich kaputt machen. Tja, und kein Ausgang zu sehen. Das ist schlecht. Ich muss noch mal was essen. Hier, komm. Noch mal so ein gutes Mittag essen. Das ist echt gut, das Zeug. Ich hoffe, ich schaffe die Level noch. Drei brauche ich noch. Aber bisher habe ich leider keinen Ausgang gefunden. Nicht mehr ansatzweise. Stein habe ich ne Menge. Da ist er. Habe ich nicht langsam sechs Schleime kaputt gemacht hier? Oder soll das die Falzen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh je. Ähm. Da ist noch mehr. Das sieht aus, als wäre das ein Durchgang, muss ich zugeben. Und die werden langsam echt groß hier höhlen. Ne, da kommt man nicht durch. Das sieht immer so aus. Sehr gut. Ausgang. Schnell weg. Komm. Einen muss ich noch finden jetzt. Das muss man hinkriegen. Na komm schon. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich geh. Es wird zu viel hier. Geschafft. Master Slingshot. Okay. Was schmeiß ich dafür jetzt weg? Jetzt wird es echt kompliziert. Oh je. Okay. Ich kann ja eigentlich nichts wegschmeißen. Ich könnte höchstens Holly wegschmeißen. Einen habe ich noch, ne? Das ärgert mich gerade ein bisschen. Wobei von den Solar-Essenz kriege ich auch ziemlich viel. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen was wert ist. Ich schmeiß Holly weg. Gib mir das. Komm es 10 Uhr jetzt ab nach Hause. Level 70. Wowi wow. Was? Hey Linus. Okay. Ist aber ziemlich kalt, ne? Aber vorher ist es doch am angemessen. Okay. Wie misstrauen. Ach so. Wegen deinem Zelt oder was? Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Na ja, ne? Das ist schön. Das ist schön. Ich seh dich auch als mein Kumpel. Als mein Freund dann. Okay. Ähm. Was? Ah okay. Du machst. Fischbait. Cool. Danke. Wild Bait. Wild Bait habe ich gelernt. Krass. Das ist immer ein bisschen komisch. Ich bin da in so einer Sequenz und dann komme ich aber erst hier wieder ran. Das ist ein bisschen strange noch. Ist aber schnell nach Hause. Ist schon spät. Ich habe da keinen Platz in meinem Inventar. Ich fürchte, ich muss mir doch mal den, äh, das Upgrade kaufen. Aber selbst dann ist wahrscheinlich mein Inventar trotzdem voll. Ist doch immer so. Ist doch immer so. Ich will zusehen, dass ich auf jeden Fall in der Mine noch ordentlich weit komme. Und dass ich mein Werkzeug langsam mal auch upgraden kann und alles. Warte mal, habe ich die Sachen hier reingetan? Ähm. Hm. Ich müsste die Kisten eigentlich mal zusammenstellen. Das wäre einfacher. Okay. So, jetzt habe ich erst mal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Sehr gut. Ja, ich weiß, es ist super spät. Geh ins Bett jetzt. Ja. Und Tag 10 im Winter. Ach ja. Was haben wir denn Tolles? Ein sonniger Tag. Das ist aber was. Im Winter? Der Tag liegt in deinen Händen. Das ist doch auch nicht schlecht. Was gibt's denn Neues? Trout's Soup. Trout's Soup. Trout's Soup kenne ich schon. So. Morgen ist also schönes Wetter, ja? Ich könnte hier mal... Ups. Ach, die kann ich wieder einsammeln. Krass. Das wusste ich nicht. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das ist gar nicht so übel. Das heißt, ich kann die jederzeit irgendwo anders hinpacken dann. Hm. Das ist echt gut zu wissen. Ähm. Da habe ich vier. Wie viel Kupfer habe ich denn eigentlich? Ich würde gerne mal wieder ein bisschen was brennen hier. Ähm. Da ist noch ein Schokokuchen. Den kann ich noch Abigail geben. Eine goldene Bohne? Krass. Wenn ich die einpflanze, dann kriege ich tatsächlich Kaffee. Coole Sache. Das ist zwar eine Megabohne, aber coole Sache. Ähm. Da habe ich irgendwo noch... Ich habe eigentlich keinen Platz mehr, ne? Das ist ein bisschen bescheiden, muss ich sagen, ey, dass die Kisten so klein sind leider. Aber ich habe auch so viel Kram hier rumfliegen. Ich müsste meine Küche machen, dass ich mal was Vernünftiges kochen kann. Wo habe ich eigentlich die ganzen Ohrs hingeschmissen? Habe ich nicht noch irgendwo Ohrs rumfliegen gehabt hier? Ähm. Aquamarine. Die Frozen Geode kann ich eigentlich mal mitnehmen. Gehe ich mal zu Klin drüber. Hier noch irgendwas? Gold kann ich einschmelzen. Ach, weißt du was ich schmelze? Das ist ein. Fünf Stück habe ich gekriegt, okay. Äh. Harz haben wir. Da ist noch... Wow, Eisen habe ich eine Menge. Kohle. Da ist Kupfer. So viel Kohle habe ich gar nicht. Ähm. Dann nehmen wir mal das Gold. Und muss da mal rein. Ich muss ja eigentlich auch ein bisschen was upgraden. Aber das kostet mich wieder 2.000. Ich bin mir nicht sicher. Und dann 5.000 für die Silber Variante. Ist schwierig. Wobei es würde Sinn machen, die Axt jetzt als nächstes abzugraden. Ja, die fürchten, das dauert länger, wa? Eisen dauert ja auch mal eine ganze Weile. Hm. Ich lasse es erstmal. Ne, Kussi? Du bist super. Ich gebe dir nochmal schnell was zu trinken. Ist fertig geworden. Ne, da ist immer noch am Arbeiten. Gucken wir mal, ob ich gerade ein bisschen Holz hacken kann hier. Ich sammle mal gerade ein bisschen Holz ein. Gucken wir mal. Die sind aber noch so klein. Die wachsen jetzt glaube ich nicht wirklich, ne? Wobei hier, die mache ich mal weg. Wenn ich denn auch richtig in die richtige Richtung gucke. Nein, geh her! Oh man, alles ins Wasser. Großartigst. Nicht so viel Holz. Das wird auch nicht besser. Nein! Ich krieg davon nix. Das ist blöde, wenn das ins Wasser fällt und ich krieg davon nix. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Das fällt auch ins Wasser, ne? Ne. Ich bin begeistert. Sehr schön. Ich brauche unbedingt ne Menge Holz. 450 Holz brauche ich eigentlich. Das kann noch ne ganze Weile dauern. Ich will die Küche als nächstes erstmal fertig machen. Ich glaube das wäre so... Das, was ich machen müsste unbedingt. Den lassen wir mal da wachsen. Die kann ich da eigentlich stehen lassen. Der nicht. So wächst wir nachher hier mitten im... Im Weg. Das muss erst wachsen. Dich krieg ich noch nicht kaputt, ne? Ne. Keine Chance. Das wird ne ganze Weile dauern, bis ich so viel Holz zusammen habe, fürchte ich. Das sind auch noch das kleine... kleine Bomben. Ich will da unten auch den Wald nicht abholzen. Das ist ein bisschen bescheiden. Tja. Hier ist auch nichts Großes. Ne. Leider nicht. Na egal. Dann sammeln wir die Sachen jetzt gerade noch ein. Na ihr beiden. Macht's gut. Dann gehe ich nochmal schnell zu Clint. Und dann... Muss ich mal schauen, was heute noch geht. So. Okay. So. Ähm. Die Eier kann ich noch wegpacken. So. Ressourcen. Hab ich die noch hier irgendwo rumfliegen, die Seeds? Ne, ne? Holz hab ich 72. Hab ich den Stein denn hingeworfen? Da. 152 ist jetzt nicht viel. Da haben wir noch Sepp. Das packe ich mal da rein. Gold ist immer noch am verarbeiten. Krass. Jetzt ist fertig. Dann kann ich den Goldbarn auch gleich abgeben. Ich hab zwar ein bisschen Kohle, aber auch nicht so viel leider. Gold brauche ich auf jeden Fall noch viel mehr. Eine Silberbar brauche ich noch, ne? Das dauert nochmal. Dann gehen wir schnell zu Dings rüber. Kann ich nochmal für Abigail mitnehmen? Ich hoffe, Abigail mag das. Ich bin mir noch nicht sicher. Schnell, schnell, schnell. Hi, Bürgermeister. Ach, heute ist Mittwoch. Nein! Das darf nicht wahr sein. Tja, dann wogele ich mich da noch schnell durch. Mal gucken, was Clint noch gerade so macht. Hi, Clint. Ich muss mal ein paar Geoden checken. Okay. Danke. Oh, was Neues. Kohle, okay. Danke. Soapstone. Upgraden kannst du gerade nichts, ne? Gold Pickaxe kostet mich 10.000. Ach du meine Güte. Aber die muss dann richtig was herbringen. Ich muss wieder los, Clint. Machs gut. Äh, was herbringen, sag ich schon. Was her... hermachen? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaub was hermachen. Das ist Abigail. Tut mir leid, Gunter. Hi, Abigail. Ja, da hast du recht, Abigail. Da bin ich echt froh. Das stimmt auch. Ich kann mit dir mehr abhängen. Ich würde dir gerne was geben, aber ich weiß nicht genau, ob dir das gefällt. Von daher muss ich das einfach ausprobieren. Bitte schön. Tut mir leid. Okay. Das, äh, hm. War leider nicht so toll. Ähm, weiß ich aber Bescheid fürs nächste Mal. Ich muss da wieder los. Machs gut. Das war nicht gut. Ähm. Hm. Neue Reward. Zack. Guck mal, ein Regal ist schon voll jetzt. A night on Echo Hill. Ein Bild. Okay, dankeschön. Furniture. Okay. Ich hätte wahrscheinlich... Ne, eine Goldbahn könnte Abigail auch nichts mehr machen. Ich muss wieder los. Machs gut. Also, Abigail mag Schokolade. Da muss ich das wieder rausreißen mit dem Schokoladenkuchen. Ich hab aber nur ein Stück. Ich muss mal gucken, dass ich die Küche ausbaue, dass ich Schokoladenkuchen selber machen kann. Aber es muss dann auch irgendwas anderes geben, was Abigail mag, außer Schokokuchen, oder? Das hab ich bestimmt wieder total verpennt. Ich renne hier vorne mit dem Goldbahn durch die Gegend. Den geben wir noch schnell ab. Und zwar... Hier hinten, glaub ich, ne? Ja. So. Äh, da. Zack. Diesmal haben wir den schon, den anderen auch noch. Dann haben wir das fertig. Dann muss ich nur noch Firequards finden, wo auch immer das sein mag. Aber das würde ich sagen. Sehen wir in der nächsten Episode. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.